Hallo Leute, in diesem Video geht es um ein kleines verlassenes Kätzchen, das in einem Wald gefunden wurde. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Dass eine Mutter ihr Kind völlig allein und verlassen im Wald zurücklässt und nicht wieder zurückkehrt, ist für die meisten von uns mit Sicherheit eine unvorstellbare Grausamkeit. Doch in der Tierwelt kommt so etwas häufig vor. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die einspringen, um hilfebedürftige Tiere zu retten. Denn manchmal kann aus einer neuen und völlig zufälligen Begegnung ein Bündnis fürs Leben werden. Genau wie in dieser Geschichte. Es geht um das kleine Kätzchen Liza. Als Lizas heutige Familie sie draußen im Wald fanden, war das kleine Kätzchen noch winzig, ängstlich und völlig allein und verlassen. Weit und breit war keine Mutter in Sicht. Deswegen beschlossen sie, das Sampfötchen zunächst zu einem Tierarzt zu bringen. Bevor sie es aufnahm. Er stellte fest, dass sie von Würmern befallen war und behandelte Liza dagegen. Das kleine Kätzchen erholte sich glücklicherweise vollständig von ihrer anfangs misslichen Lage. Sie tat Dinge, die alle ihre Artgenossen gerne tun. Sie spielte, schmuste, war neugierig und bis hin und wieder spielerisch. Jedoch niemals aggressiv. Für ihre neue Familie war sie die Liebe ihres Lebens geworden. Und bald kam auch ihre schrullige und gerissene Persönlichkeit vollständig ans Licht. Heute lebt Liza seit etwa zwei Jahren bei ihrer neuen Familie. Sie ist eine wunderschöne, großartige Ginger-Katze. Gesund, glücklich und geliebt ist sie heute weit entfernt von der kleinen, einsamen Katze, die völlig allein im Wald gefunden wurde. Ihre Besitzer teilen immer wieder Fotos von ihrem Fortschritt. Sie zeigen die erstaunlichen Möglichkeiten, die geboten werden, wenn ein Tier eine zweite Chance in seinem Leben bekommt. Liza ist dankbar, wird geliebt und gibt ihrer Familie sehr vieles wieder zurück. Was hältst du davon, eine verlassene Katze zu retten? Kommt das für dich in Frage? Oder hast du es sogar schon getan? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wir sind der Meinung, dass jede Katze eine Chance auf ein glückliches Leben verdient hat. Und deswegen haben wir ein T-Shirt zu der Thematik erstellt. Du findest es unter diesem Video in der Beschreibung. Mit den Einnahmen werden wir dann weitere Videos produzieren, die auf die Problematik aufmerksam machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.